Yo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Terro Tennis Gamer mit den Reaktionen, ja, ja, wie sind meine Reaktionen hier, Yoshi's Island, diesmal ja im Blindzocken gewesen, ja, hallo Leute, da ist er wieder, ja, Yoshi's Island, oh yeah, ja, der erste Level möglichst weit, ob wir das geschafft haben, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht, ich hab das Gefühl, ich bin die ganze Zeit an so einer Pflanze da die ganze Zeit verrecktweise, ja, fang an, wir sind nicht gut, blödmann, ja, fang an zu zocken, los und die scheiße ist, wenn man einen Treffer hat, haut das Baby ja schon ab, es haut einfach ab, da kannst du auch nichts gegen machen, oh, ja, gut gemein, nein, 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 oh, le das wieder und das fliegt immer so hoch, dass man das, ja, komm, 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 ja, Nein, nein! Ah! Nein, nein! Wo bist du? Nein! Da wurde er gefangen! Ja, ich musste den Quick-Save da machen, wie gesagt, weil sonst wären wir irgendwann Game-Over gewesen und ich wäre im Blind-Modus gar nicht mehr zurecht gekommen. Ja! Okay, jetzt aber! ja schlecht schlecht ja das ist wahr du bist schlecht ja dann hat mir keine lust spielt ist doch nicht so schwer die ja jetzt habe ich schon mal eliminiert sauber ja 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 nein 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 und die blumen da bin ich nie oben drauf Nein! Boah, ich hatte es doch. Ich hatte es, Kamek. Das war unfair. Alter, ich krieg keine Luft. Dann atme. Mein Gott. Mein Gott. Ich glaub das echt nicht. Ihr kriegt keine Luft und ihr atmet nicht. Ja, ich versteh das auch nicht. Das ist auch nicht mehr zu verstehen, glaub ich. Ich zeig euch jetzt. Pass auf! Ja, komm, dann zeig mal. Doch, da waren Gegner. Hast du ihn nicht gesehen? Ja. Schön, aber gleich ist Mario wieder weg, wenn du nicht passt auf. Sauber. Scheiß Blume, Alter. Auf der Stelle hüpfen. Was ist das denn für eine Taktik? Ah, lecker. Ja, da habe ich versucht, da habe ich gedacht. Da hast du mich langsam vor. Fress einfach alles weg. Komm schon. Ja! 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 Ich habe die Pflanze damit weggemacht. Wie okay? Hallo? Ja! Nein! Nein! Wo denn jetzt schon wieder? Eine Blume! Mit dir mit! Mit dir mit! Na und auf! Nimm dir mit! Ja, nehm dir nicht. Och, WTF, Mann. Das ist doch nicht mehr schön. Ja, immer an diesem Scheiß, da sind einfach noch viele Gegner. Behinderte Gegner wollen. Ja, behinderte Gegner. Und der Mario ist immer weg, wenn ich einen Treffer kassiere. Nein! Ich habe den Scheißblock getroffen! Und deswegen habe ich kein Sprunggeräusch mehr gehört. Er bewegt sich gar nicht! Boah! Nein! Der Scheißblock! Was ist mit dir? Und dann, wo er sich bewegt, habe ich schon weggedrückt. Ich glaube nicht. Warum hat er sich denn nicht bewegt? Ja, weil du den Scheißblock getroffen hast. Ja, die Musik, die ist so klasse. Ja, die Musik ist so klasse. Ja, die Musik ist so klasse. Warte! Ah ja! Unsere wunderschönen Pflanzenfreunde. Ja, los jetzt! Hol dir den! Hol dir den! Ja! Ja! Nein! 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 Der Hase ist umgefallen. Kleopatrahase. Ich habe keine Eier dabei! Ich war doch... Spring rüber! Moment mal, jetzt bin ich aber doch weiter, oder nicht? Ja, den muss ich jetzt haben. Wie geil der Eifers und der Scheiger da oben lacht. Ich muss diese Pflanze überwinden. Kabel, was ist mit dir? Hör doch mal auf, dich zu verkaufen. Ah, jetzt kommt die Schein. Mein Kabel, wartet Leute. Und da war die externe Festplatte. Schade, nee, aber sie lebt noch, die externe. Lebt noch, die ist noch nicht so hoch, die lag da auf so einem Ding, dann ist die halt ein bisschen runtergefallen. Aber die lebt noch, keine Sorge Leute, hier ist alles in Butter mit der externen. Aber das Kabel, wie ich da verkabelt habe, ich habe das ja am Ende gezeigt von dem Video. WTF, ich frage mich, wie das geht, wenn ich hier gar nichts gemacht habe. Das sogar erhöht, das Kabel hier über dem Tisch, das kann gar nicht da unten kommen. Ja, hab ich Glück, dass da kein Gegner kommt, sonst wäre ich richtig ausgerastet. Ja, ich mache Schluss mit dir, Yoshi, ey. Unsere Beziehung ist hier zu Ende. Ja! 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 Ja, ich habe überrascht. Nein! Hä? Ich habe mir schon gedacht, dass ich in so einem Ding unten bin, aber nicht in welchem. Ja! Ja! Nein! Nein, an der Stelle! Nein! 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 Da hätte ich niemals mitgerechnet. Nein! Mario! 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 Okay, daneben nicht! So, ja, okay. Ja! Das war dann der Mario Scheiß. Tut mir leid, Leute. Ja, kratze jetzt. Ja, tut mir leid. Aber ich finde, wir waren gar nicht so schlecht. Also, wir sind schon relativ weit gekommen. Wie ich sagen muss, finde ich selber so persönlich. Was sagt ihr denn jetzt? Ja, ja, verkabelt. Ja, ja, verkabelt. Ich hab das nicht. Wo geht das denn? Warum trägt man Headset eigentlich nicht so? Das ist nicht mehr normal, was hier gerade passiert. Weil sie nicht halten. Ja, Leute, ne? Also, insofern war es das vom heutigen... Ja, ich muss erst mal gucken, was mit meiner Externis, ob die noch lebt. Und ich würde sagen, wie sie noch... Verschiedene Tragungshandel. Okay. Ja, ich würde auch sagen, bis ihr uns beim nächsten Mal wieder... Nächste Woche beim Linezocken, wenn alles gut geht. So, wo ist die Kamera? Ja, so, wo ist die Kamera? Ja, wo ist die... 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 Ja, 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 ja. Okay. Tschüss! Ich treffe... DICH KAMERA! DICH KAMERA!